Moin zusammen, wir sind jetzt noch mit dem Challenge Mode unterwegs, weil der liebe Balou braucht den noch. Und der Challenge Mode ist was schwierig, als wir den gemacht haben zu zweit, wir hatten so viel Pech gehabt. Oh, der Breaker ist irgendwo oben, muss ich mal gleich gucken, wo der ist, weil ich gehe immer da rein. Ja, wie ihr seht, wir starten mit Null Sanity und ich glaube aber, der Geist, der wormt gar nicht und der Raum, der bleibt auch. Zumindest die letzten paar Durchläufe, die wir hatten, auch meine Solo-Durchläufe, da hat der Raum sich nie gewechselt. Ja, sind wir mal gespannt. Wir haben eine Spezial-Taktik, ich gehe da rein, wo der Breaker ist, Balou geht auf der anderen Seite rein und wir lassen den ersten Hand durchlaufen und dann sagen wir ihr, wo, zum welchen Eingang sie die Items bringen muss und ja, das ist so die Taktik. Okay, das sind die Items. So. Okay, ich muss mal kurz gucken, wo der Breaker ist. Der Breaker ist links, das heißt, ich gehe links rein und du kannst ja dann rechts gehen. Okay, ich habe auch die Kopfkamera, soll ich dann direkt mit auf? Ja, Kiki, du kannst ja dann auf dem Computer dann auch auf der Kopfkamera schauen. Denk dran, die auszumachen, Balou, ne, wenn du dich verstecken willst. Sag Bescheid, wenn du an der Tür bist, dann können wir gleichzeitig reingehen. Nein, nein, das ist hier. Okay, 3, 2, 1, go! Damit wir auch beide im Gebäude sind. Zum Glück sind wir was schneller. Er hantet schon, ich höre hier nichts. Bei mir ist auf Totenstück. Niling? Niling? Ghost, where are you? Ghost? Aber hier flackert auch nichts. Hörst du gar nichts bei dir? Hat er dich erwischt? Alles so weit. Ach Mist, wir haben Kollateralschäden. Nein! Okay, rechter Eingang, Kiki. Ja, geht aber auch noch. Nee, ich habe ihn sterben hören. Der Geist hat ihn, glaube ich, erwischt. Aber im Klack wird er noch angezeigt. Nee, das dauert was, bis es zum Fragezeichen wird. Ja, wir müssen gucken, dass wir den Geist irgendwie versuchen rauszufinden und dann zählt es ja trotzdem. Wir müssen es ihm dann nur mitteilen. Okay, ganz wichtig ist, warte, ich tue mal mit hier vorbereiten. Wir brauchen auf jeden Fall die Kruzis, Videokamera und sowas. Und noch weitere Smudgies. Ich nehme mir die Kruzis und einen Smudge. Bring du dann Videokamera-Dots und Buch schon mal mit. Moment, ist das denn eher mal fünf? Nee. Am Anfang gar nicht gehört, okay. Ja, vielleicht ist der Geist ein Meiling, weil ich habe vorhin auch nichts von ihm gehört. Er sagte, er hat gar nichts von ihm gehört und dann stand er auf einmal bei ihm im Gang. Ja, es waren ja auch keine Sound-Sensoren da drinnen, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass er irgendwo auf dieser rechten Seite dann sein muss, der Geist. Oder zumindest zur Mitte dann hin wahrscheinlich. Okay, Sensoren sind wichtig. Die hier sind wichtig. Ein M ist wichtig. Für einen Meiling zu laut, okay. Ja, für einen Meiling war es wohl dann doch zu laut gewesen. Ich hoffe, der Brecki ist noch an, sonst muss ich gleich wieder eine kleine Detour machen auf die andere Seite. EMF. Gib mir den Smudge. Sensor, falls es ein... Da. Geust! Badezimmer, hm? Beschleunigt. Okay. Sagen wir mal bei fünf Minuten gesmudge. Schreiben wir uns die fünf auf. Normal beschleunigt. Das heißt, sechs, dreißig und acht. Ne, die Blüten haben sie ja schon. Na klar, ich bin ja reingelaufen. Das weiß ich noch nicht genau. Sie hat auf jeden Fall beschleunigt, aber auf jeden Fall. Die haben Sohne immer ewig. Klackesbrech. Die dauern eine Minute. Das ist eine Minute. Ja, die Hans dauern hier eine Minute. Okay, ich habe sie ungefähr bei fünf Minuten gesmudge. Toll, ich habe jetzt 30 Sekunden Zeit. Sie kamen hier hinten, glaube ich, aus diesem einen Klassenraum. Ich habe 30 Sekunden Zeit, um die Items da hinzubringen. Super. Ah, wo sind die Kruzis? Ja, toll. Kruzis bringe ich schon noch. Ich habe sie, ich habe sie. Ich habe sie schon gefunden. Ich glaube, die kamen da hinten aus diesem Raum. Da ist auch die Tür offen. Ja, ich habe sie da gerade reingeworfen. Ich will jetzt nur die Streichhölzer nicht fallen lassen. Oh Mist, ich habe keinen Smudge. Wo ist denn hier noch ein Smudge? Ah, ich habe ihn gefunden. Da kriegt man immer so eine Panik, weil man keinen Smudge hat. Ja, ist nur einer im Quack. Ja, ich habe ihn gerade gefunden. Ich versuche, das Thermo brauche ich hier auch noch. Ich versuche, eine Kamera darüber zu bringen. Ach, die Saunze sind wir auch nicht. Ich bin da weg, dass wir hier noch von dem Rieschen klappen müssen. So, warum? Ja, toll. Klappen. Okay, wenn sie erst in 40 Sekunden hantet, ist es ein Spirit. Kann sein Spirit sein. Tür ist noch offen. Ja, brauche. Haben wir Lichter, ne? Ja, super, danke. Shit, der Brecki ist aus. Fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Die haben uns ja hier das ganze Schrott-Equipment gegeben. Weiß, die hätten uns ja immerhin die T3-Lampen geben können. Der Brecki ist mega weit weg. Das dauert ewig, bis ich den anhab. Ich glaube, das ist ein Spirit. Die hantet immer noch nicht. Ich muss mal die Kruzis checken. Oh, Kruzis sind schon beide benutzt worden. Okay. Dann wahrscheinlich doch kein Sprit. Vorsicht, der nächste Hand wird wahrscheinlich durchgehen. Sag mir dann, wenn der Hand vorbei ist, okay? Ja. Du kannst auf der Kamera schauen. Dort sind drin, Buch ist drin, Kamera steht vor der Tür. Der Hand geht los. Ich sehe gar nichts. Okay, ungefähr bei neun. Sie hat krass beschleunigt. 10, 30 und 12. Noch mal zur Sicherheit testen. Sie wird aber ziemlich schnell wieder langsamer. Okay, ungefähr bei 10 Minuten wird der Hand zu Ende sein. Wir haben Fingis, UV. Okay, Gurio ist noch möglich. Kannst du Orbs oder sowas sehen auf der Kamera? Oder Dotz? Ähm, Moment. Fingis auf dieser... Okay, das ist unreguliert. Und ich gucke mal. Hast du Smudgies an die Tür geworfen? Äh, ja. Ich habe gehandelt. Los. Fuck, 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 fuck. Wo verstecke ich mich? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Wenn die hier reinkommt, bin ich am Arsch. Ich putze doch nur noch ein Thermo rein. Ich habe keinen Zweifel. Sag mal, hängt die da vorne fest oder was ist los? Sag mal, ist der Geist jetzt gerade hier vorne stecken geblieben oder was ist los? Ja, ich bin da in das Klassenzimmer gelaufen und es klang so, als ob die da stecken geblieben ist. Ja, ich brauche schon. Ja, lol, scheiße. Dann habe ich aus Versehen Bug-Using gemacht, was ich gar nicht wollte. Ich habe dir eine Kamera da in den Flur gestellt. Da kannst du ja vielleicht aus der Ferne alles beobachten. Haust du wohl ab? Er hat gerade eben geschrieben, sie ist am Spind wohl stecken geblieben. Ja, es ist der Geist selber schuld, wenn er da zu mir will. Ich habe kein Bug-Using gemacht. Ich habe mich nur hinter den Schrank gesetzt. Ich hätte auch sterben können, ne? Ich habe mich ja selber keinen Millimeter bewegt. Hier ist oben. Klingt aber normal. Sag mal, wie lange hantest du denn, Madame? Mensch! Mann, ich versuche hier die ganze Zeit rauszukommen und die hört einfach nicht auf. Kannst du viel zu lange, Mensch? Da denkst du, ich schaffe es hier mal ein Thermo da reinzukriegen in den Raum, ey. Hast du schon irgendwas auf der Kamera gesehen? Ja, ich habe die eben gesehen, vom Geister rauszukommen. Also ich glaube nicht, dass ich ohne ist. Also... Wo hast du denn hier das Thermo hingeschmissen? Ich sehe das Thermo hier nicht. Ich sehe es nicht. Ich bin wahrscheinlich... Ja, ich komme mir kurz eins holen. Mach mal kurz auf die Kamera beim Geisterraum. Ich will da nur mal kurz gucken, ob man da irgendwas sehen kann, was Ordiges oder Doxiges. Was würden wir denn dann sagen, was es ist? Also Shapeshift hast du keinen gesehen, oder was? Ein Shapeshift, keine Odds. Das war nochmal eine Schwindigkeit und das ist kein Ohne, glaube ich. Poltergeist, Demon oder Mimic würde dann übrig bleiben, wenn wir die Dots ausschließen würden und den Ordner. Das Problem ist, Dots sind schwer auszuschließen. Ich meine, könnte vielleicht ein Demon sein. Ich müsste nochmal einen Smudge-Test machen. Ist nur schwierig, weil der Hand eine Minute geht und der Demon nach einer Minute wieder handen kann. Was bewegt sich da unten? Da bewegt sich irgendwas. Siehst du das? Das ist jetzt. Was war das? Das sind die Gruppe verflattert, ne? Was war das? Das waren aber keine Dots, oder? Aber ich habe die ja extra so an die Tür getan, dass man das da sehen kann. Nee, nee, da waren keine Dots. Das sieht ja so aus, als wenn der Geist da angeht, bewegt er auf dem Buch oder so. Ah, okay. Er schreibt gerade, dass der Geist gerade ins Buch schreibt. Okay. Aber deswegen hat er geflattert. Okay, also, wenn wir jetzt die Beweise... Okay, das heißt, die Dots und die Orbs sind eh ausgeschlossen. Der Miling ist raus, Poltergeist oder Demon. Das kann man vielleicht mit einem Smudge-Test rausfinden. Obwohl, die Kruzis haben ihn aufgehalten. Zweimal. Obwohl, dass die Billig-Kruzis sind. Vielleicht Demon. Aber jetzt Fingis und Buch. Ich muss das... Ja, Fingis und Buch. Ich muss das Thermo da reinkriegen und später gucken, ob es friert. Weil der Demon hätte gefriert. Und die Spiritbox werde ich da bestimmt nicht testen mit T1. Ja, der Polty hat ja die Spiritbox, aber wenn ich da jetzt das Thermo da reinlege und nachher nach dem Hand nochmal schaue, ob es runtergegangen ist, das würde schon was bringen. Ich hoffe, ich finde nur den Weg. Das ist schon sehr aggressiv, der Geist, ne? Ja, ja, klassische Demon, ne? Der will nur spielen. Ne, man hört die noch aus weiter Entfernung. Das ist ja das Schöne an großen Maps, ne? Mit einem Miling. So, Thermo liegt drin. Spiritbox bringt nichts, weil ich müsste dafür erstmal einen Sensor noch da reinkriegen und so aggro wie der Geist ist. Ich könnte den Timer nutzen. Ich muss hören, wann sie aufhört. Ja, komm her. 17. Okay, bei 17.14 hat sie aufgehört. Das heißt, wenn sie bei 17, äh, ich kann wieder nicht rechnen, 17.34, ja, schmeiß mir das Buch ins Gesicht. Wenn sie da wieder huntet, dann ist das, äh, die, Mann, 32. Ne, ist mehr als 20 Sekunden. Okay, nochmal warten. Aber ist schon ein Chainhunting, also es passt schon zum Demon. Das ist schon ein Chainhunting. Ich meine, Chainhunting kann jeder bei Null Sanity, ne? Madame? Ich bin gerade am Trinken, Madame. Die hört gefühlt gar nicht auf zu handen. Madame, geh mal nach oben. Ja, ich hab's mir auch schon so gedacht, weil sie wirklich voll Chainhuntet. Ich weiß, sie ist über mir, aber sie kann mich nicht hören, wenn sie in einer anderen Etage ist. Okay, ich hau ab. Tschüss, Demon. Demon eintragen, wir haben einen Demon. Rauschen. Ich bin schon draußen. Am wichtigsten ist, dass es Balou einträgt. Balou, Demon. Okay, da fliegt schon der Ball als Bestätigung. Okay, dann tue ich dem Balou hier mal kurz smudgen. So. Okay, Abfahrt. So, okay, dann hoffen wir mal. Ich hoffe, wir kriegen einen Dior und können den Kabarski mal mit dem Geist spielen. Das wäre cool. Das muss als nächstes kommen. Okay. Tada, ein Demon. Ja, okay, die Kruzis haben dafür gesprochen, ne? Das wilde Chainhunten. Also, auf zur nächsten Runde. Ach ja, hier habt ihr die ganzen Statistiken und zur nächsten Runde dann. Okay, da sind wir in der nächsten Runde. Brecky ist rechts. Okay. So. Kabul, EMF, Incense. Okay. Ja, die Incense-Aufgabe wird bestimmt direkt als erstes erfüllt. Die Aufgabe 2. Oh ja, ein paar Wohl-Mikrofonen, ja. Wenn man lustig ist. Ich glaube, dafür hat man nicht wirklich Zeit, außer es ist vielleicht ein Spirit oder so, oder ein Shade, wo einer im Raum stehen bleiben kann, damit er nicht handelte. Ja, deswegen sagte ich ja, wenn man lustig ist, kann man es machen. Es geht ja auch theoretisch während des Hands. Okay, ich mach hier dann rechts rein, weil da der Brecker ist. Sag dann Bescheid, wenn du an der Tür stehst. Ich warte dann an meiner Tür, falls ich eher da bin. So. Und den Sprint auf jeden Fall für drinnen aufheben. Das ist sehr wichtig, damit man es zum Klo schaut. Okay, ich stehe auch an der Tür. Drei, zwei, eins, Zugriff! Nein, da. So. Flitzmeister! Hopp, hopp, hast du überhaupt Flitzmeister? Na, Flitzmeister ist alle. Ghostie! Licht. Ein bisschen zur Seite. Ich will die nur zum Man of Sight unterbrechen haben. Okay, es ist noch ruhig. Er hantet noch nicht. Jetzt! Ich höre was hier bei mir. Oben. Rechte Seite oben. Kiki, rechte Tür. Items zur rechten Tür, bitte. Ziemlich mittig, wie es scheint. Es klingt so, als ob sie oben mittig im Flur gestartet hat. Da kommen schon unsere Items. Wenn sie hier runterkommt, versuche ich mal zu gucken. Normale Geschwindigkeit. Warum flackert das Licht nicht? Ghost, ghost, ghost. Come here, come here. Ghost, ghost, ghost. Ghost, ghost, ghost. Ghost, ghost, ghost. Hier. Easy. Oh Backe. Oh Backe. Easy. Sie hat sich gerade kurz in Omi verwandelt. Können direkt fahren. Wir können direkt fahren. Das ist ein Oh Backe. Sie hat Shapeshift gemacht. Also raus zum Truck und Abfahrt. So müsste es immer laufen. Kann es nicht immer so einfach sein. Und haben alle O Backe drin? Ja. Abfahrt. Kann er mal fünf, ne? Kann er mal fünf. O Backe hätte er mal fünf. Aber auch Fingis. Fingis EMA5 und Ops, wenn ich mich nicht irre. Es war eindeutig ein Shapeshift. Es hätte noch ein Mimics sein können, klar. Aber ja. Äh, hier sind die Stats. Und auf zur nächsten Runde. Okay. So, dann Smooch. So, dann brauche ich ja noch einen Moment zur Tür. Die Reflexion da oben. Okay. Ich auch. Drei, zwei, eins. Zugriff. Huntet sofort. Ich mach den trotzdem schon mal. Bei mir ist man, ich muss achten. Kommt der hier den Gang runter? Oh mein Gott. Meine FPS, weil ich so ein weites Sichtverdentrum brauche. Okay, bei ihm ist der Geist. Kiki reicht da einen Gang lang nachher. Okay, sie ist bis zu mir rübergekommen, aber hat bei mir aufgehört zu handeln. Waker müsste eigentlich noch an sein. Ich hab noch versucht, den schnell anzumachen, bevor sie zu mir kam. Nein, der Brecci ist aus. Okay, ich muss ihn kurz anmachen. Bis gleich. Vorne, der erste Raum hat ein Licht an. Hattet ihr das angemacht? Was haben wir angemacht? Der erste Raum direkt. Da ist Licht an. Wart ihr das? Halt, halt, halt. Licht habe ich angemacht. Ach so, okay. Ja, ich höre so von der Mitte her. Hat sie mich gesehen? Ja. Irgendwie ist das hier buggy, ey. Das Funkgerät verzerrt nicht mehr. Die Taschenlampe flackern nicht mehr. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich will jetzt aber auch nicht hier... Hier sieht man ja nichts. Okay, der Hunt ist vorbei. Show us, are you here? Show us. Show us, are you here? Mit dieser Taschenlampe sieht man auch nichts. Und der Breaker ist wieder aus. Super. Na toll. Das ist mal wieder ein Geist, der ist uns drin. Einen anderen Breaker im Hafen, der näher. Ich kümmere mich von ihm. Was ist das oben? Ist das oben? Ich habe sie kurz gesehen, aber sie beschleunigt normal. Gesmatscht bei 28,10. Geh weg! Bei 28,10. Äh, 28,40. 29,40. 31,10 wäre der Spirit. Ich weiß nicht, vielleicht... Ah, die Taschenlampe ist scheiße, ne? Ich weiß nicht. Okay, das Flackern war, glaube ich, normal. Ich konnte nicht viel sagen mit der billigen Taschenlampe. Äh, gesmatscht bei 28,10. Es klang aber so, als ob sie diesmal von oben kamen. Kiki, ich stelle dir eine Kamera dahin, die da unten an die Treppe guckt. Was? Das ist ein Demon! Ich habe doch gerade gesmutscht. Oh mein Gott, ich bin so tot. Ich weiß nicht, ob ich hier überleben würde. 29,40. Es muss ein Demon sein. Ich habe sie ja gesmutscht, sonst hätte ich die Nummer nicht überlebt. Das ist ein Demon. Schon wieder ein Demon. Interessant. Sag dir den Abend vorbei, so bist du schon raus. Ich bin eh hier am Eingang. Ich hoffe, sie haben es gehört, dass ich Demon gesagt habe. Weil jetzt, vor 15 Sekunden, hätte jetzt erst ein normaler Geist wieder handeln können. Das war der Demon-Pool dann. Ne, warte, warte, noch nicht. Ach, scheiße. Ich höre es ja noch. Ich höre es. Ich höre es, das Handeln. Warte. Jetzt, jetzt raus, raus, raus. Schneid. Ja, das ist ein Demon, die hatte. Wäre ich sowieso tot gewesen beim Hand davor. Also entweder ist es ein Mimic, der gerade einen Demon nachgemacht hat, oder ist es wirklich ein Demon wieder. Was ist denn das da für ein Anstieg? Der ist ja komisch. Sieht wie ein Fünfer aus. Ein Demon hat keinen Fünfer. Ein Mimic aber auch nicht. Hm, komisch. Nee, vor allen Dingen da, äh... Ja, das könnte ein Fünfer sein. Moment mal, es sind mehrere Fünfer. Was? Guck mal, wie viele Fünfer das sind. Aber sie hat so schnell... Sie hat aber wieder so schnell gehuntet, was mich so wundert. Aber ich muss sie doch mit dem Smudge erwischt haben, sonst wäre ich ja tot gewesen. So, gut. Also ich gehe auf jeden Fall erstmal rein und mache den Breaker an. Ja, mach den mal an. Ich gehe mir nochmal einen Smudge holen und gucke mal. Das ist echt komisch mit dem Timer jetzt. Habe ich nicht da... Oder Zwilling, die können doch aufwechseln. Nee, die Twins haben normalerweise so eine normale Hunting-Cooldown wie die anderen Geister. Oh Gott, hier haben wir wieder einen schwarzen Bug. Ah, jetzt ist hier wieder die ganze Möpfe. Jo, danke. Ich baue hier mal kurz ein bisschen was auf. Äh, Salz. Salz kann uns vielleicht helfen. Salz und Glowstick. Das mit dem EMR5 macht mich jetzt total schlitzig. Das ist sehr komisch. Jetzt handelt sie gar nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Und jetzt handelt sie überhaupt nicht mehr. Was ist denn mit diesem Geist jetzt los? Irgendwie ist das hier auch buggy. Ich will jetzt aber auch nicht den Smudge hier fallen lassen. Sie hantet. Das klingt aber normal. Ghost, get over here. Ghost, this way. Ghost, here. Here. Ghostie. 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 Komm hier. Komm, Ghostie. 34,8. Okay. Sie fasst keine Türen an. 34, 38, 35, 38 und 37, 8. Okay, 34, 8 gesmatched. Ich bleibe auf jeden Fall drin, um zu gucken, wie lange das jetzt ist. Jetzt sind 30 Sekunden rum seit dem Smudge. Na, das brauchen wir nicht. Ich brauche auf jeden Fall den Smudge. 35, 4. Da, schon wieder. Schon wieder so früh. Schnell, komm zum Klo. Schon wieder. Es ist jetzt 34, ne, 35, 8 gewesen. Genau eine Minute. Es kann nur ein Demon sein. Also hat uns das Board gerade verarscht. Tragt alle Demon ein. Aber ich habe doch jetzt auf den Timer geguckt. 38, jetzt könnte erst ein normaler Gast handeln. Ach, hallo, Kabelchen. Oh, ist das ein Obake, was? Hä, was ist mit den Timern hier los? Das ist eine Obake. Was? Hä? Aber ich habe gerade eben keine Füßchen gesehen. Ich habe... Ja, ich habe ein Shape-Shift gesehen. Ja, ich habe auch gerade den Shape-Shift gesehen. Was? Ja. Krabbel hoch. Krabbel. So. Was ist denn mit den Timern los? Dann kann man sich ja gar nicht mehr auf die Timer verlassen. Warum handeln die so früh hier? Das war eindeutig Kitzel. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Sie ist kurz zu Lisa geworden. Ja. Hier oben sind auch Fingis. Bravo, ich bin tot. Warum... Da ist irgendwas kaputt. Irgendwas ist hier buggy. Ich gehe hier hin wegen Last-Node-Kirchen. Ja, auch ein Fingi. Also, ihr habt es... Ich habe es hier geschickt. Ihr habt es auch gesehen mit dem Timer. Okay, wenn es jetzt wieder ein Obake ist, dann können wir nur Obake sein. Aber... Was ist das mit dem Timer? Irgendwas, äh... Stimmt dann da nicht. Warum... Werden diese 90 Sekunden nicht mehr einleiten? Ich glaube, das ist ein Bug, weil es ist jetzt gerade zweimal passiert. Ich muss das nochmal im Video nachschauen. Ich habe die Kamera da stehen lassen. Jetzt kommst du hoch, jetzt kommst du hoch. Fertig? Ja. Ja, mir ist der Glowstick gerade ins Klo gefallen. Hast du das schreckt, oder was? Ne, aus Langeweile war ich da mit am Rumspielen am Klo. Und dann ist es auf einmal so komisch da hängen geblieben. Habe ich ihn nicht mehr aufheben können. Aber ich glaube, da ist irgendwas verbuggt. Das darf nicht sein, dass die schon früher als 90 Sekunden wieder handen. Da ist irgendwas, ist da buggy. Weil es war ja jetzt zweimal ein Obake. Ich habe eindeutig den Shapeshift gesehen. Das EMR 5 spricht auch für den Obake. Also, das ist sehr komisch. Und Fingis habe ich übrigens auch gesehen. Also, da ist irgendwas kaputt. Ich habe es zweimal getestet. Ich schaue das nachher im Video nochmal nach, weil ich habe immer auf die Timer geschaut. Und die hat auf jeden Fall schneller als nach 90 Sekunden wieder gehuntet. Irgendwas stimmt da nicht. Das müssen die fixen. Okay, Obake ist drin? Ah, Moment. Jetzt, ja. Dann hätte die Runde hier auch schneller gehen können, so wie die vorherige Obake-Runde. Also, ich muss das nochmal im Video nachgucken. Ihr könnt ja gerne in den Timeline auch nachschauen. Also, entweder bin ich zu blöd zum Zählen, oder aber zweimal. Ich habe ja extra mal ganz präzise gemacht mit 34,8. Also, irgendwas ist da komisch. Also, das ist sehr verdächtig. So, okay, das sind die Stats. Das war der Challenge-Mode. Der liebe Balou hat es jetzt auch geschafft. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.